Möchtest du wissen, wie du zukünftig ganz entspannt zum Zahnarzt gehen kannst? Und möchtest du wissen, wie du ganz einfach mit ätherischen Ölen deine Zahnpflegeprodukte selber herstellen kannst? Und möchtest du wissen, wie ätherische Öle wunderbar dich auf geistiger, körperlicher und seelischer Ebene im Hinblick auf die holistische Zahngesundheit unterstützen können? Und möchtest du wissen, wie du erfolgreich ein Zahnarzttrauma verhindern oder vorbeugen kannst? Dann fühle dich ganz herzlich eingeladen zu unserem kostenfreien Webinar Wie genial ätherische Öle dich bei deiner Zahngesundheit unterstützen können? Du erhältst fünf praktische Tipps, die du ganz einfach in deinen Alltag integrieren kannst und umsetzen kannst. Ja, wer sind wir überhaupt? Mein Name ist Irmgard Bronder, ich bin mentalen Bewusstseins-Trainerin und Lebensfreude-Coach Und ich bin Dr. Karin Bender-Gonser und holistische Zahnärztin Ich fühle dich ganz herzlich eingeladen zu unserem kostenfreien Webinar Und du findest hier unten oder da oder da den Link, um dir deinen kostenfreien Platz im Webinar zu sichern Wir freuen uns auf dich und sehen uns dann auf der anderen Seite Bis dahin, tschüss! Tschüss!